Schlager ist ja, hier, was ihr sonst den ganzen Tag macht. Der Wolfgang hat lange bei Howard Carpenter gespielt. Ja, den muss ich jetzt leider verraten. Hello again, du ich möchte dich heut noch sehen, dort am Fluss, wo die Bäume stehen, da wo alles begann. Und jetzt sie. Uh, ich sag nur hello again. Uh, ich sag nur hello again. Was gibt's denn noch? Wir spielen ein Medley. Ein Front Reaver mit leisem Ton, sagte er, du weißt wohl schon. Hm, du weißt wohl schon von Marius. Und ich wandelte zum Fenster, schaute hinaus. Ich mach's immer besser. Als Howard Carpenter letztes Mal hier war, war ich noch nicht so gut. Aber jetzt kann ich schon... Mein Möbelwagen stand vor dem Haus. Ich wusste nicht, ob ich richtig sah, denn auch Marius war da. Ich weiß nicht, wo er hin will, woran es liegen kann. Er hat wohl seine Gründe und es geht mir schau nichts an. Doch seit ewiger Zeit leb ich Tür an Tür mit Marius. Fast jeden. Achso, wir müssen weitermachen gleich.